Herzlich Willkommen zum This Version Videoclip. Wir haben heute den 3. Oktober. Was ist da? Genau, Tag durch eine Einheit. Deswegen haben wir heute für euch in unseren typischen Farben schwarz-rot-gold, unsere Standard Caps mitgebracht, schwarzes Flexfit, für jeden bekannt in den zwei Größen SM und LXL, ein Reuters Cap in SM und ein gelbes Cap. Normalerweise kosten die Gaps bei uns 17,95 Euro. In dieser Woche gibt es das Flexfit Cap für minus 30 Prozent. Für all die, die nicht rechnen können, statt 17,95 Euro nur noch 12,57 Euro. Und als zweiter lecker Business. New Era ist best verkauftes Cap. MLB Basic Cap, schwarz, weißes Yankees Logo, rot, weißes Yankees Logo und natürlich gelb, weißes Yankees Logo. Kostet regulär 34,95 Euro. Nur in dieser Woche, minus 30 Prozent, ergibt 24,57 Euro. Und überhaupt, weil es ein schöner Tag ist, machen wir in Graf Arthos ein bisschen Tankfuß getrampelt, einen Chardonnay-Effekt. Das war's. Feiert schön, bis demnächst. Gerda! Gwarden! Gwarden! Gwardens! Gwarden!